Tritra trulala eine neue folge vom farming simulator ist da um 6 uhr 4 herzlich willkommen ladies and gentlemen zu einer neuen episode guten morgen natürlich wenn ihr das video später seht spielt das gar keine rolle wir haben in den silos ja auch noch sachen die können wir auch noch verkaufen und wir haben letzte folge ja ein bisschen mal ausprobiert was wir denn so schönes machen können ja da haben wir ein bisschen was verkauft in dieser folge haben wir noch hier unseren wunderschönen holzwagen hier stehen aber wir haben den jens gekauft ja der jens da drüben steht um den kümmere ich mich mal ein bisschen der curry ist jetzt am gruppen richtig ich bin am gruppen ja dann wird wieder angepflanzt aber vorher ich glaube ich mach mal den grubber fertig jetzt und dann gehen wir einmal eier sammeln weißt du geil ich bin der teig smasher ja warum die zimmer hier ja ich habe mich festgefahren was weiter geht's machen ich glaube alles weg ich komme sogar zurück zur arbeit wo fährt der denn hin so ich wollte mal jetzt noch was gucken hier so man kann ja hier so ein menü hat man ja hier warte mal man hat ja irgendwie so ein menü hier wo ist das nochmal was war das jetzt so der wird mir aber um warte mal hier ich wollte mal gucken vielleicht steht ja da irgendwie wie man tiere holen kann finanzen tiere ach guck mal so scharf bestand haben wir derzeit null wir haben null scharfe curry produktivität null prozent ja ist okay wo können wir denn tiere brauchen immer wasser okay schweine bestand haben wir null und kuh bestand haben wir auch null scheiße müssen wir unbedingt mal ändern sauberkeit ist bei uns gar nicht bewertbar weil aber wo kann man die ich will das gerne mal wissen soll ich gehe mal gucken wo die chickens sind die müssen ja irgendwo da hinten sein dickens ihr müsst ja angekündigt heute mega cliffhanger hier heute mega eier sammeln hier ist wieder wahnsinn freunde dass ihr das morgens euch anguckt ne das ist also müsst ihr echt aufpassen ja komm ich bin hier drin kommen aber vorbei warte 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 war mal noch fertig hier dann komme ich ich kann eigentlich auf die flaschen hier schießen damit das in der luft liegt was wo kann ich nun eigentlich kaputt sägen warte mal bist du fertig alter sind unsere hühner man das muss ja mal schon ausprobieren ja genau kaufst du den hun und dann ich will auch man ich will auch ich komme ich komme wie kann man das aufsammeln die liegen dann aber muss einfach klicken jemand halt die augen auf man helfe kommst du dann aber mir hin eiersammlung ich bin hergelaufen wir haben nur ein wo seid ihr mann hier war noch eins ich habe noch eins gefunden es gibt doch nicht alle ich fühle mich gerade wie bei ostern hier ja alles damit die automatisch aufkandert ja einfach drüber laufen wir ja er hier er ist der chef im haus sind gut getan und er hier kommt mal raus da die eier freunde ihr könnt doch war er hier erst der chef hier machen die denn die sind gerade zu zweit irgendwie ineinander ja dann erfahre ich dann mal eier verkaufen ist wahrscheinlich im zimmer für aber kriegt man nicht irgendwie angezeigt wie viel eier man hat oder so man musste zählen zwei habe ich schon ja ich habe eins aber du weißt ja du siehst ja manchmal nicht ob du die einsammeln oder nicht oder ob du überhaupt welche gefunden ich gehe mal gucken habe ich jetzt verkaufen kann das muss man ja unten bei der dings machen hier beim bäcker bei der stadt hier noch ein ei leute habt ihr hier noch ein eiligen ich habe hier noch ein auge ein auge ein mann also ich habe ein auge auf die eier ach so die schon mal gucken ich sag mal was wir ja scheiße ich mal gucken was wir eigentlich haben wir für zwei eier nicht so viel kriegen oder unsere eier sind produktions richtig gute produktionsware ja so aber ich fahre mal darüber oder ist aber wieder pick up abgeht ne alter weil er ist ganz mitmachen der ist schon gut an ich habe mich gemacht ich habe mega stand gemacht geil da bin ich ja da bin ich ja dabei da bin ich ja richtig froh dass ich dabei war hier durch die gegend so warte mal jetzt gehe ich mal eier verkaufen ich packe den pick up einmal davor dann kannst du dich da rein porten da ist eine gute taktik man so warte mal ich muss noch gucken wo der eiermann war hier warte mal wo sind die eiermann ich habe es doch genau gesehen dass sie welche heraus gedroppt hat leute hier war doch der eierverkäufer irgendwo gott jetzt muss ich erst noch mal suchen wo sind die eier wo sind die eier wenn man die braucht sein so eine seitenstraße alles hier nochmal genau hier bin ich hier ich habe es und jetzt schon mal aus bis jetzt 25 aber bekommen ja wow das lohnt sich ja richtig da gehe ich lieber noch mal zum jens ich fahre mal ein baum und fütter mal den jens aber ich möchte trotzdem wissen wie man tiere kaufen kann ich schade dass man das irgendwie das kann ja nicht so schwer wenn du warte mal hier gibt es ein hilfemenü hilfe ist denn hier ein baumstamm ist das nur ein busch oder was tiere akuma so sag du kannst alle tiere außer hühner beim örtlichen viehhändler kaufen und verkaufen ja geil hin da ah ok wir brauchen dann aber auch so ein transporter ja klar die müssen wir da weg bringen ne wo ist denn der vieh transporter warte mal äh der der viehhof warte mal gehe ich mal gucken da muss da irgendwo hier sein warte mal hier haben wir doch so eine äh feldfrüchte wachstum boden warte mal hier filter hier guck mal guck mal hier ne achso ich verstehe so was haben wir hier baumfeld farm eine farm ist doch tiere oder mhm zack 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 schäune ist unseres sind die felder ich fahre einfach mal ich würde einfach mal zur farm fahren oder farm ist doch nee du musst zum tierhändler da wo ist denn der steht das nicht auf der karte warte mal kann doch nicht sein steht da nicht chory das sind doch diese das sind doch alle alles diese diese tierköpfe da oder nicht auf der karte schafsweide yo ich falle zu schafsweide sind verschiedene händler ich bin bei der schafsweide schon da das kann man jetzt hier machen hier sobald du scharf hast produziert diese produzieren diese wolle in regelmäßigen geilen erscheint hier eine palette mit schafswolle die du mit deinem freund mit einem freundladen zur spinnerei abtransportieren und dort verkaufen kannst gleich aber das aber hier können wir den nicht kaufen das ist nur hier der ort das müssen die leute uns mal in den kommentare schreiben was denn so kam ganz komisches geräusch warte 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 ich hole gerade die baumstämme hier zack und dann geht es los man ich schwebe wieder los zum genz ey geil ich würde das aber auch gerne mal wissen ey naja so wir machen ja gerade wieder alter was mache ich denn ich mache ja gerade wieder eine längere aufnahmesession machen wir das so dass wir nach dieser folge pause machen und dann lesen wir eure kommentare durch und dann werden wir das dann natürlich in der nächsten session berücksichtigen auch heute gibt es natürlich wieder ein key ja das letzte mal könnt ihr unter diesem video ist wieder ein ding ist da war schon so er denn da oben ich lade da dinge ab hier und jetzt so sieht es aus heute die kohle kommt in die kassen so muss es sein ja was willst du denn machen ich parke so weil die alles schön aussehen wie viele oldstämme haben wir denn da 15 ne keine ahnung das ist dieser baum den ich gerade gefällt habe da habe ich den zerteilt und jetzt fliege ich rüber zum jens ja ja ich bin auf dem weg aber ich bin schneller als du pass mal auf hä oh scheiße warte mal ist da noch was 1 ist da noch okay man geil schläf ich nochmal rüber sag ja wir müssen ja geld verdienen so Traum wenn man einfach fliegen kann man aber wenn man noch rennen dabei oder wenn man noch mehr bäume kommen du kannst auch rennen ja ja muss aber aufpassen gerade pass auf gerade geil okay du musst eigentlich mal versuchen das da so rein zu werfen geht aber nicht so geil das geht nicht so geil also lieber langsam machen lieber mit gefühl ja aber ist es so clever die bäume direkt bei uns selber zu fällen ich weiß nicht immer noch mal keinen schönen ausblick mehr wissen das für ein unterschied also das interessiert uns ja nicht wir sind nur landwirte Deswegen kümmern wir uns eh nur um die kohle mann Keinen verbund zur natur oder was Ist ja nicht so bei landwirten ne dass sie Ist eigentlich hier drin Das ist ja die scheune Oder machen Stroh und Heu Wenn du Stroh für Heu und Heuballen keine weiteren Verwendung hast kannst du das hier einlager und erhältst etwas geld dafür Ah ok Oh zack Wie holt man sich denn Tiere wo ist denn der Vieh hinten Ich würde mal gern wissen Oder fällt rein nein Hallo Was denn Ich kann nix machen Niemand macht so ne schöne Säge nach wie ich mach du mal ne Säge nach wie ich Ne Warum Was passiert denn jetzt wo fliege ich denn hin Alter Hä Ich kann nix machen Ja was ist mit dir los Ich kann nix machen Mann Er fliegt auch Alter ich bin Warum wann ist denn hier los Ich kann nix machen Da rüber Und dann abgeliefert Freunde so sieht es aus Und dann das noch Und dann haben wir es schon wieder Haben wir mir wieder Geld gemacht Weißt du Ist wieder nice ey Ich versuch das jetzt genau mal da drauf zu platzieren Aua Ja Ich sehe irgendwie irgendwo ein Baumstamm eskaliert einfach Hä Ja nice Warte mal Ja Rein da mit dir Komm mal ran da auf den Meter Muss doch nicht So ich grobe mal weiter gerade So Zack Ja ich mach mal den anderen Baumstamm noch Geil Mann Ne Dann haben wir meine Kinders Schon mal was richtig verdient Ich weiß ja mit den Silos noch was Können wir ihnen die auch noch verkaufen gehen später Die haben wir noch nicht leer gemacht oder Ne 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 Kann man auch noch machen Das ist Startkapital auf jeden Fall So Weil wir wollen ja nicht immer die Fahrzeuge mieten Wir wollen die auch immer mal kaufen Ja Ne Die richtigen Bosses Die Fliegera wie Harry Potter wieder durch die Gegend ne So ich versuch den jetzt mal genau da drauf zu platzieren Schaff ich das? Wie er da langsam einparkt mit seinem Baumstamm Ja ho man Ja Also der Jens L Wie ich die steile arbeite immer Er ist halt zuverlässig ne Klar Der meckert nicht Der macht einmal zur Stelle Eine Sache Möchtest du mal Möchtest du mal Gern mal wissen wo man die Wo man die Tiere kaufen kann Das kann ja nicht sein Mann Kann doch nicht angehen Dass man sich Kein Shop gibt es einmal Dann gibt es halt eine Tankstelle Ne Ich guck mal Ich guck mal auf der Karte jetzt selber Hab ich auch schon ja Kann doch nicht sein Alter Check grad nochmal unseren Eierbestand Ja das ist wichtig Schön drauf aufpassen Ist gut Aber wenn wir Tiere holen müssen wir natürlich auch Wasser holen und alles ne Schweinegehege Ja aber das ist nur da leben die Schweine dann Die leben ja nicht bei uns selber auf dem Bauernhof Was ich eigentlich auch total dumm finde Warte mal Find ich auch eigentlich doof ne Viehhändler Wo? Wo ist der? Hä wo ist denn das? Marker setzen Ich hab nen Marker gesetzt Der ist unten rechts man Bei Mary's Farm Sag ich doch das es bei der Farm ist Warte mal da kannst du ja direkt hingehen Da fahr ich Ja du musst da hinfahren weil ich eh nichts machen kann Ja aber komm mit So Wie denn? Du kannst da drauf drücken und auf besuchen drücken Achso du kannst direkt einfach so zack oder was? Ja klar Wo muss man jetzt hier hin Geil Alter Hey Da hier hin Wo? Oder? Das ist das Feld Das ist das Feld Okay Wir müssen nur hier Wir müssen damit Live Stock Market Vielleicht irgendwo hier Warte mal Wo ist denn? Ich würd gern Tiere kaufen Wo kann man das hier machen? Hä? Hä? Wo kann man das hier machen? Ist das hier ein Randschrik oder was? Pfff Kann man hier Tiere kaufen? Hey das ist Das muss bei dem Symbol sein Es ist aber der Viehhintler hier Das ist schon richtig Aber wie kann ich jetzt Wie können wir jetzt die Tiere kaufen? Was ist denn das jetzt hier für eine Verarsche? Nee du kannst doch nicht reingehen Da kannst du nichts machen Hallo? Klopf 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 Vielleicht brauchen wir erst irgendwas Ja was denn? Ja was denn? Ja was da und so Guck mal hier halt andere die Rollos Ja aber da stehen ja nichts dazu Ist ja scheiße Hm Ja guck mal nochmal da lesen wir uns nochmal schlau ne Können wir ja halt nichts ändern So ist halt nun mal Fliegen wir mal direkt wieder zurück Die 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 Gar nichts. So. Aber wie kann man denn hier Mitarbeiter einstellen, außer den Helfer? Ich glaube, das kann man vielleicht nur im Einzelspieler machen. Ja, glaube ich auch. Ach ja. Aber Leute, wir haben heute wieder sehr, sehr viel gemacht. Und wir haben sehr viele Fragen an euch. Da hinten hebt wieder einen Baumstamm ab. Wir sind der internationale Frühjahr. Und wie gesagt, eure Kommentare wie immer wichtig. Die nächste Folge dann übermorgen, um 6 Uhr wieder, wenn alles gut geht. Ansonsten kann auch mal sein, dass die später kommt, nachmittags. Weil man muss immer gucken, wenn wir jemanden aufnehmen und so klappt. Ich würde mich über ein positives Däumchen freuen. Und checkt auf jeden Fall auch die anderen Videos hier aus, auf dem Kanal. Macht's gut, danke an den Currywurst. Und wiedersehen jetzt erstmal. Hi. Hey, ciao hab ich. Warte, komm, dann mach ich noch am Ende hier. Also nicht das ganze Feld, nur den einmal noch hierher. Warte, warte, warte. Das muss sein, Pflichten. Das muss ja Pflichtbewusstsein, weißt du? Ja, ja. Ich bin voll bei dir. Einmal hier Wendemanöver machen. Warte, mal ein bisschen hier das Ding hier aufladen. Oh, warte mal, ein Tempomat kann man hier machen, warte mal. 3M rein da mit dem Baumstamm. So. Guck mal, jetzt läuft es doch hier. Nice, ey. Ach ja, das ist so schön, das macht so Spaß, mit dem Trecker zu fahren. Ich, der Trecker, und der Trecker, wir sind zwei Freundinnen und die Bertha Wurstel ist umso auf. Macht's gut, Leute. Tschüss. Ciao, nö, ciao. Ciao.